PG-12 Vom innovativen Team von Level 5 und den legendären kreativen Köpfen Yoshiyuki Momose und Joe Hisaishi kommt ein RPG für eine neue Generation, um ein Königreich zu errichten. Und diese Länder zu vereinen, musst du die Kräfte im Inneren wecken. Sei ein Anführer. Schmiede die Zukunft. Enthülle ein Schicksal. Minokuni 2 – Schicksal eines Königreichs Schmiede die Zukunft. Schmiede die Zukunft. Schmiede die Zukunft. Schmiede die willinglye, die marking die Zukunft. Schmiede die Zukunft.